Nun sind wir auf dem Weg nach Kwiebek. Kwiebek, Kwiebek. Anne ist auch noch auf dem Weg. Eine tolle Landschaft sehen wir. Bunte Bäume. Indian Summer. Kann man auf dem Bild gar nicht so schön festhalten. Ein bisschen ranzoomen. Wunderschön. Um 12 Uhr sollen wir festmachen in Kwiebek. ein bisschen ranzoomen. Bis zum nächsten Mal.